Der FC Bayern München konnte endlich eine Einigung mit einem Rechtsverteidiger erzielen. Wer der gute Mann ist, alle finanziellen Details zu einem potenziellen Transfer und ob es dann nun wirklich passieren wird, erfährst du in diesem Video. Lass auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da, abonniere den Kanal, um in Zukunft keine Bayern-News mehr zu verpassen und schreib mal sehr, sehr gerne gleich auch in die Kommentare, was du von dieser News hältst. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Und zwar soll der Rechtsverteidiger, um den es sich handelt, Kieran Trippier von Newcastle United sein. Wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich gestern schon, am Freitag, ein Video zu ihm vorbereitet hatte. Da kam dann aber eigentlich die News rein, während ich das Video aufgenommen habe, dass Newcastle den Spieler wohl nicht abgeben möchte. Jetzt gibt es weitere Details dazu und der FC Bayern soll sich wohl geeinigt haben mit ihm. Und zwar haben wir hier die Nachrichten von Florian Plettenberg. Ich habe hier einige Tabs oben. Ihr seht, wir gucken uns gleich ein paar verschiedene Sachen an. Erstmal Ex-Live-News Trippier. Mündliche Einigung zwischen dem FC Bayern München und Trippier wurde erreicht. Hier unten habt ihr es ja auf Deutsch. Der 33-Jährige möchte zum FC Bayern wechseln. Und zwar immediately heißt sofort, der FC Bayern und Newcastle sind im Kontakt. Christoph Freund bevorzugt immer noch einen Live-Vertrag mit Muckiele. Nordi Muckiele gucken wir gleich drauf, weil da gibt es auch die eine oder andere Neuigkeit. Bereitet sich aber auf die Möglichkeit vor, dass der Deal scheitern könnte. Scheitern könnte der Deal mit Nordi Muckiele ist da gemeint. Trippier steht als neuer Plan B bereit. Und gleich ist auch das neue Traum-Duo bei Sky. Schreibt auch Kerry Hau exklusiv. Kino Trippier hat grünes Licht für einen Wechsel zum FC Bayern gegeben. Also er selbst hat grünes Licht gegeben. Ganz wichtig, nicht der Verein. Nein, Trippier selbst hat grünes Licht gegeben. Eine grundsätzliche mündliche Einigung zwischen Verein und Spieler. Zack, das habe ich euch gerade schon gesagt. Der FC Bayern und Newcastle United sind nun im Kontakt. Die Verhandlungen mit PSG über Muckiele laufen trotzdem weiter. Trippier ist die erste Alternative, sollte der Muckiele-Deal nicht fallen. Nicht über die Bühne gehen. Dazu kommt noch die Bestätigung. Üben drüber ist, dass Fabrizio Romano das auch nochmal gepostet hat als Bestätigung. Der hat, wie gesagt, auch hier als Quellen sowohl Carriau als auch Florian Plettenberg angegeben. Auch hier kurz die Übersetzung. Er versteht, dass Bayern sich heute wegen eines Vertrags mit Kieran Trippier bei Newcastle gewendet hat. Und es gibt inzwischen Gespräche. Kieran Trippier, der eine oder andere wird ihn vielleicht nicht kennen. Er ist rechter Verteidiger, Engländer und spielt aktuell in der Premier League bei Newcastle United. Dazu gucken wir uns hier erstmal ein paar Statistiken an. Sorry, ja, für kurz. Hier haben wir jetzt Kieran Trippier, Nummer 2. 33 Jahre alt, 1 Meter, 73 groß, rechter Verteidiger. Er ist aktuell Nationalspieler für die englische Mannschaft. Als rechter Verteidiger liefert er sich da Duelle mit Trent Alexander-Arnold von Liverpool. Er hat 46 Länderspiele schon für England absolviert und sogar einmal getroffen. Und hier sind wieder die interessanten Statistiken, die man sehr, sehr gerne durchgeht. Wir sehen, 21 mögliche Spiele, davon hat er 19 in der Premier League absolviert. Sehr, sehr stark. 90% Startelfquote, das heißt, keine Ahnung, mal über den Daumen gepeilt hat er 17 von 19 Spielen wahrscheinlich dann von Anfang an gespielt. 88% aller Spielminuten gemacht. Also auch, wenn er auf dem Platz steht, spielt er fast immer durch oder zumindest über den großen, größten Teil der Partie. Und sogar an 17% aller Tore beteiligt, was eine wirklich starke Quote ist. Ihr seht hier, sieben Torvorlagen hat der gute Mann schon in dieser Saison in der Premier League. Er ist also, was kann man daraus schließen, ein offensiver rechter Verteidiger. Sehen wir auch hier Hauptpositionen des rechter Verteidiger, aber auch rechtes Mittelfeld, weil er eben auch einen weiter vorrühren kann. Ich habe ja mit einigen zusammen auch im Stream die beiden Spiele von Dortmund gegen Newcastle in der Champions League geguckt. Und da ist uns der Mann auf jeden Fall auch so aufgefallen. Aktueller Marktwert sehen wir hier unten 11 Millionen Euro. Sein Hoch war mal 35 Millionen Euro, als er dann von Tottenham zu Atletico Madrid gewechselt ist. Hier sehen wir, interessante Historie war mal bei Manchester City Res, könnte Reserve sein. Ist dann im Sommer 2015, 2016 zu Tottenham gegangen für eine Ablösesumme von 4,9 Millionen Euro. Hat da dann vier Jahre gespielt, bevor er dann zu Atletico Madrid gewechselt ist. Ist ja potenziell eher unüblich für Engländer, dass sie eben ihr Heimatland England verlassen. Ablösesumme damals waren 22 Millionen Euro bei einem Marktwert von 35 Millionen bei seinem All-Time höchsten Marktwert. Sehr, sehr spannend. Und dann ist er eben 2022 von Atletico Madrid zurück nach England gegangen zu Newcastle United in die Premier League. Auch da Ablösesumme 14 Millionen Euro. Wir können uns ja mal kurz auch die Statistik hier in den anderen Wettbewerben angucken. Champions League, habe ich schon gesagt, sechs von sechs Spiele, alle von Anfang an gespielt. Ich denke mal, er wurde einmal ausgewechselt kurz vor Schluss und auch da eine Vorlage. Dann haben wir den EFL Cup, also einen Pokal. Da zwei Spiele, keinmal Startelf gespielt, einmal eingesetzt oder für gewisse Zeit eingesetzt worden. Und dann auch den EFL Cup, da ein Spiel gemacht und das auch zu 100% durchgespielt. Hier haben wir jetzt nochmal ein paar detailliertere Statistiken, die ich euch gerne präsentieren würde von Kieran Trippier. Und zwar sehen wir hier schon mal ein Rating von 7,43, also im grünen Bereich, was auf jeden Fall gut ist. 1.665 Minuten hat er schon in der Premier League gespielt. Und hier unten haben wir jetzt nochmal die deutlich detaillierteren Statistiken. Das hier ist relativ irrelevant, von wo er schießt und ob der Ball aufs Tor geht und sein eines Tor, was er scheinbar geschossen hat. Das ist für uns total egal. Hier unten wird es für uns interessant. Und zwar sehen wir hier schon mal Assist 7. Expected Assist, was auch 6,11. Er hat 6,11 erwartete Vorlagen und das sind nur die Liga-Statistiken. Was für den rechten Verteidiger sehr, sehr, sehr stark ist. 1.105 erfolgreiche Pässe gespielt, was sehr stark ist. Passgenauigkeit liegt hier in Anführungszeichen nur bei 82%. Warum auch immer hier die 47% stehen noch dazu. Ich glaube, das ist ein Fehler. Lange Bälle, 97% Genauigkeit auch sehr stark. Obwohl das jetzt hier der Statistik, die Statistik darunter schon wieder anders. Was aber die wichtigen Statistiken sind für ihn hier als offensiven Rechtsverteidiger, weil er ist ein offensiver Rechtsverteidiger, ist halt eben hier 54 Chancen kreiert, 53 erfolgreiche Flanken gespielt. Im FC Bayern fehlt mir das tatsächlich manchmal einfach, dass ein Ball in die Mitte geflankt wird. Das sehen wir dann nicht oft genug. Und hier auch 14 successful Dribblings, also 14 mal erfolgreiche Dribblings. Seine Dribblingquote bei knapp 78%. 1.000, fast 1.900 Ball, 2.000 Ballaktionen, Touches, Ballkontakte gehabt. Das sind sehr, sehr starke Statistiken. Vor allem die 30 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Das ist richtig, richtig gut und 18 mal gefoult worden. In der Defensive sehen wir allerdings auch ein paar Statistiken, bei denen es ein bisschen hapert. Hier, Tackles gewonnen und Duals gewonnen. Also Zweikampfquote defensiv. Er ist kein richtiger defensiver rechter Verteidiger, sondern eben ein offensiver rechter Verteidiger, der über seine Qualitäten in der Offensive kommt. Das ist sehr, sehr wichtig hier anzumerken. 97 gewonnene Zweikämpfe von PP klingt gut, aber wenn er nur 56% insgesamt hat er 200 geführt, oder knapp unter 200 Zweikämpfe geführt, nur die Hälfte davon gewonnen. Luftduelle, auch hier 70% Erfolgsquote, das ist schon gar nicht schlecht. Hier, was natürlich, das ist ein extrem schlechter Wert. Dribble past, also wie oft wurde an ihm vorbeigedribbelt? 32 Mal, das ist schon wirklich echt, echt viel. Das natürlich zu Kieran Trippier, er ist also ein offensiver rechter Verteidiger. Das heißt, potenziell ähnlich wie Nussi Masraoui, ich hatte das für das Video gestern nachguckt, was ich dann doch nicht hochgeladen habe, weil die News da eben kam, dass der Transfer wohl nicht passieren wird. Der hat, glaube ich, Masraoui vier oder fünf Vorlagen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend, aber auch ein paar weniger Spiele als Kieran Trippier, das muss man fairerweise sagen. Dennoch ist er potenziell dann ein anderer, ein ähnlicher Verteidigertyp. Kein anderer, sondern ein ähnlicher Typ, eben auch Masraoui. Einer, der mit nach vorne geht, einer, der defensiv teilweise auch Schwächen hat. Masraoui natürlich wesentlich, wesentlich jünger als Kieran Trippier, ihr habt es gehört. Der Mann ist 33 Jahre alt, also das ist schon deutlich älter. Ja, allerdings habe ich euch jetzt ja auch gesagt, der Transfer von Nordi Mukiyele zum FC Bayern München ist noch nicht vom Tisch. Der FC Bayern verhandelt weiter und arbeitet weiter an einer Verpflichtung von Mukiyele und dazu möchte ich euch einmal was zeigen, was auch mich einige auf Twitter markiert haben. Hier drunter sieht man es vielleicht sogar, die mich markiert haben. Nee, und zwar hat Paris Saint-Germain den Squad, den Kader gepostet, mit dem sie für ihr Spiel gegen Orly, Orléans, was auch immer, für ihr Team. Und ich spoiler euch jetzt einfach mal, damit wir nicht alle Namen durchgehen müssen. Der Name Nordi Mukiyele steht hier nicht auf diesem Zettel. Das könnte, und das könnte, nichts sicheres, aber man könnte daraus spekulieren, dass er vielleicht in Zukunft, in naher Zukunft schon Paris Saint-Germain verlassen würde und dann eben zum FC Bayern München wechselt. Da allerdings überhaupt keine News, sondern einfach nur die Spekulationen aufgrund des Kaders, den die hier gepostet haben. Es bleibt also spannend, wer wird der neue Rechtsverteidiger beim FC Bayern München? Ich kann es euch nicht genau sagen. Definitiv wäre meine liebe Option Nordi Mukiyele, weil der halt eben auch noch zusätzlich Innenverteidigung spielen kann. Bei Transfermarkt.de, hier Position, kann ich euch nochmal kurz zeigen, wurde auch angesagt, dass er potenziell Kieran Trippi auch linker Verteidiger spielen könnte, was natürlich auch stark ist, aber insgesamt ist für mich dann wichtiger, dass wir einen haben, der innen spielen kann und als rechter Verteidiger als einen, der rechts und eventuell links spielen kann, weil die Umstellung von rechter Verteidiger zu linker Verteidiger, die ist enorm groß. Das darf man nicht unterschätzen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in den kommenden Tagen passiert. Abonniert auf jeden Fall den Kanal hier, um jeden Tag up to date zu bleiben mit den neuesten Bayern-News und Ereignissen. Würde mich sehr freuen und check hier jetzt gerne noch das letzte Video aus. Hau rein. Ciao, ciao.